Heute schauen wir uns mal wieder einen sehr, sehr interessanten Fortnite-Glitch an, denn normalerweise ist es ja so, wenn man ein Emote macht, ganz genau so zum Beispiel, zack, dann kann man hier nicht durch. Das geht nicht, aber habt ihr ein Emote, das Fortbewegung ist, zum Beispiel der Greedy, könnt ihr tatsächlich jetzt durch Fenster durch emoten. Ja. Und das sieht einfach zu funny aus. Geht eigentlich das hier? Okay, das ist viel zu lustig. Geht gut, das von Kratos wird nicht gehen, weil das ist nicht fortbewegend. Nope, das geht nicht, aber was hatten wir noch nicht? Das hier? Boah, das sieht episch aus. Das funktioniert einfach auch, also gönnt euch mal. Body. Ja.